Musik 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 Hier hat er jetzt den Rücken schön in die Mitte geschnitten, hat sich auch eine sehr gute Position auf den Rücken geschnitten, hat sich dann relativ einfach eine Lage auf dem Augenblick erreicht. Hier ist er mit viel Druck, mit viel Druck, schön zurück auf die schwarze Akt, in der optimalen Lage zum Augenblick auf den Augenblick zu stehen und damit schlussend zu kürzen. Und damit verbirgt Pastor Fink auf 2 zu 4 und hat jetzt den nächsten Weg in die Mitte geschnitten. Bernd in die Mitte geschnitten, hat sich auch schon mit dem Gegenbejäsden in die Mitte geschnitten. Vielen Dank. 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 Okay. Danke. Thank you. Vielen Dank. Kann sein? Kann sein, dass er so gut ist. Dabei ist die Kugel, die sind klein. Sie haben eine Bühne von der Kugelung. Die Kugelung haben eine Kugelung. Die Kugelung haben ein Kugelung. Sie haben eine Kugelung mit einer Kugelung. Ja, das ist toll. Es rutscht, es rutscht diese Kerne. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Vielen Dank. 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 Das ist der Politiker gehen lassen. Ich habe sieben geschrieben, morgen bin ich jetzt wieder bei den Kino-Pay-Honen. Und dann habe ich die Kirche auch gepackst. Und ich habe geschrieben, morgen 19 Uhr. Und jetzt auch nicht, aber ich habe geschrieben, morgen 9 Uhr. Ich habe gesagt, ich habe geschrieben, nein, nicht 9 Uhr. Nein, 9 Uhr, 9, 10 Uhr ist ja das was. Ja, doch, ich habe jetzt schon mal geschrieben. Ich habe es noch nicht geschrieben. Ich habe es noch nicht geschrieben. Also also, wenn Sie sehen, dass Sie über dieiciche von Zeit reden. Wenn Sie sehen, dann würde ich gerne mit der Kino reden. Aber ich habe das Fema gehört. Skaomi. Weil ich den 진hlichen auf dem F Brooklyn, so waren Sie durch diesen Hochschulen. Na aber, ich habe das beste Video gemacht. Ich habe gehört, warum Sie nicht so gut zusammenwerfen Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ...... ...... ...... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... 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 Ich habe die 1 auch schon gesenkt, die 2 Winkel direkt vor dem Block und da wird sie sich jetzt auf die 3 stellen, auf den roten Kugel. Und wird diese dann in die Mittelkasche senken, sie lässt sich hier auf einen richtigen Winkel liegen, damit sie am Tisch in der Oberröhne kommt, wo die Pinke hier dann schon auf sie laufen. Hier wird sie jetzt über 2 Banken aufgelöscht. Und wir machen dann jetzt bis zur Seite. Und sie sollten hier einen Winkel legen, damit sie die grüne Sekt auf der rechten Seite nachher in die Ecktaschen senken. Und wir machen dann noch einmal die Chance, an den Tisch zu kommen und auszugleichen auf 2 zu 2. ... ... ... Das ist eine große Herausforderung. Die strengen Winkel, relativ viele Winkel, um dann schön auf den Arne sieb zu positionieren. Ich weiß nicht, ob sie über eine oder über zwei Banken versucht, die Stellen herzubekommen. Sie spielt es doch noch ein bisschen anders, wie es früher ausgesehen hat. Sie spielt einen Fangball, das heißt, sie spielt die Weiße auf den Neuenlauf, dass die Weiße dann in dieser Position liegen bleibt. Und das sind zwei relativ einfache Relle zum Ausgleich. Und hier macht sie schon das 2 zu 2 und sie gleicht aus. Was ist das 3-2? Er ist eine Rückkehr, die wir sehen, die Anienste, der auf die Seite der Oktober war. Die Stadion, der auf die Seite der Oktober waren, in der Kürbäcknet von Ostern, eine Ausgleichung und der Kürbäcknet von Ostern haben. Ich möchte Menschen, in der Kürbäcknet von Ostern, ausgleichen, von Ostern und Kürbäcknet von Ostern. Runde 5 geht es wieder los mit einem Anstoß von unsere Jungen. Wir gehen auf die Orange mitbeachten, auf der linken Seite des Rags. 3, 2, 1. Und jetzt ist sie weg. Eine ganze Sicht ist da gefallen. Somit kann sie gleich mit der Blau zwei starten. Es lässt sich hier dann überlegen, eine C-Variante zu spielen. Damit richtig oben hier einen sehr schweren Einstieg in diese Partie hat. Sie löst das hier gut. Sie löst das hier gut. Und die Reinen einfach mal zurück. Lassen Sie ihn jetzt richtig überaus gehen. Und jetzt ist die Sicht auf die Blau zwei direkt verstellt. Das heißt, Betty muss über wenigstens eine Bande gehen. Aber man wird das vermutlich auch über die Fußbande versuchen. Und damit die Zwei zu treffen. Und damit die Zwei zu treffen. Sie trifft die Zwei hier sehr gut. Sie trifft die Zwei. Und dann hat er bei Supertempo die Zwei. Und direkt an die Hupenballen wieder. Die Zwei, die mit der Zwei zu entfernen. Und jetzt ist alles andere wie einfach. Wunderschönes Reset hier, die Zwei ist sensationell hinter der Neuen versteckt. Bei solchen Sachen merkt man, dass wir hier nicht irgendeine Non-Name-Spielerin hier haben, sondern die aktuelle Nummer 17 der europäischen Damenrangliste. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.